hallo und herzlich willkommen zum zweiten part in my gm in 2k 22 und ja weiter geht's hier ist nur mal von der ersten show das dings das habe ich vergessen ich habe das zu früh beendet weil ich war halt lange auch nicht mehr da und wir sind tatsächlich im lied über ich das mal sage eigentlich mehr bei war dabei ist ww wollte nur kurz sagen ich vor aber was auch noch mal eins zu machen und zwar dauerhaft kannst du ja versuchen und ich habe den worst und die nötigen fähigkeiten dazu schmeckt unter keine chance glaubst du wirklich du kannst mit uns konkurrieren wenn wir so passt was wir ausgaben keine chance wir sind aktuell im lied staff also ich hatte ja maus der neue rolle kennis hat so nach dieser niederlage muss stehen ganz kinden arrogantes grinsen austreiben ich werden rückkampf nicht zwei wochen das ist sowieso geplant deswegen ja kein ding das hier noch mit nehmen und dann mal schauen hier nach ach man das teuer das hier könnte ich holen dann hätte blissen match ab aber es hilft uns nicht so sehr weiter aktuell um ehrlich zu sein wäre zwar gut dass plötzlich unzufrieden ist aber das ist gerade nicht die höchste priorität um ehrlich zu sein wir bräuchten wahrscheinlich ein paar legenden aber das können wir machen zum glück und dann würde ich sagen machen wir natürlich das wieder als main event hier wobei es wurde ich hab nicht auf die matchwertung geachtet aber ich glaube das hier wird besser dann muss ich allerdings hier auch erst mal euch gegeneinander und dann halt euch gegen die anderen beiden so ich weiß nicht welches davon besser werden wird aber ich muss hier halt gucken dass die beiden nicht gegeneinander antreten und das nicht nur weil die nicht fit sind und ich bräuchte einen kämpfer ein hellkämpfer brauche ich von den männern hellkämpfer haben wir hier irgendwas billiges hat der hier aber das unnötig deswegen ko wäre nicht verkehrt wir haben zwar aber wobei wir haben noch brusers deswegen so ja mal schauen weil ich das fair mache und neu gestartet ist halt nachteil für mich da natürlich den können wir holen es wird nicht einfach hier zu gewinnen das kann ich vorweg nehmen und ach der ist ein face ich habe nicht darauf geachtet scheiße das war scheiße die sind doch alle teuer die legenden nützt ja nicht so ich bräuchte eigentlich noch ein heal bruiser tatsächlich das war ein display von mir vorbei ja dann geht es halt nicht anders dann müssen die halt nochmal antreten gegeneinander hier geht leider nicht anders gefällt mir zwar nicht aber was soll ich machen ich habe sonst niemanden der gegeneinander antreten kann so und zwar muss ich hier okay wir haben noch genau richtig so dass der helter hielt und helter und whatever so du das noch und du das auch so fertig hier wobei oder was anders hier werbung dürfte immer machen so zack ja doch genau so muss man das handhaben ja leider brauchen wir cash dringend bitte weg sich gewinnen trottel und startet der rivalität wenn ich es etwas dreieinhalb sterne oder jesse james tor und welche ich auch mal beobachten okay das ist nicht so toll aber das ist toll fehler erholt 11.000 minus zwei also okay kommt schon sorgt weiter dass die rivalität auch hier weitergeht tus und andy erneut ja sehr schön sehr schön sehr schön 6 bei ihr kommt schon tig let's go let's go yes sehr schön jedes hat eine rivalität und hier skippen wir einfach schnell weil es eher in the war das ist für uns nicht so sehr schlechtes finale scheiße warum lassen die frauen mich durch ja hier sehen wir die rival töten so hier sehen wir auch das endbild der woche ja dann können wir eigentlich in die dritte woche war es im lied und wir sehen uns zu dritten